Moin se Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Konkurs Gaming und zu Hitman 3. Wir sind in Mendoza unterwegs und haben alle Eskalationen gemacht und hierzu gibt es auch irgendwie was. Es gibt hier ein paar interessante Herausforderungen noch. Also diese eine Eskalation, da haben wir schon gesehen, wie das mit den Scharfschützen funktioniert. Und es gibt hier eine Meisterleistung bestimmt. Eine Story Mission, Ziel im Blick. Keine Ahnung, wie genau die funktioniert. Melonenexplosion. Weisen sie mit ihrer Kamera dem Scharfschützen-Team eine Wassermelone als Ziel zu. Das wäre doch eigentlich ganz interessant. Außerdem gibt es irgendwo noch eine Meisterleistung, wo man beide Ziele durch Stellvertreter-Morde erledigen soll. Das könnten wir auch machen. Also wenn wir die einfach mit Scharfschützen erledigen. Wobei mich natürlich auch interessieren würde häusliche Gewalt. Eliminieren sie Don Archibald Yates durch Gattenmord. Hier stellvertretter Mord. Das würde mich auch interessieren und ich denke, wir könnten hier zum Beispiel am Scharfschützen-Nest einfach mal starten. Ich würde mir natürlich auch super gerne mal die Uniform vom Sicherheitschef holen heute. Da hätte ich Bock drauf. Aber was brauchen wir denn? Brauchen wir Brech mit? Ne, der Seeker ist schon okay auf jeden Fall. Nehme ich mir ein Brecheisen mit. Statt eines Dietrichs. Ich wollte das ja mal ein bisschen ausprobieren, ob das jetzt cool ist oder nicht so cool oder wie auch immer. Ich könnte mir außerdem hier an Werkzeugen noch so ein Elektro-Schlossknacker holen. Muss ich noch irgendwas schmuggeln? Irgendwohin? Eigentlich. Achso, was ich natürlich machen könnte. Wo will ich denn das? Im Bootshaus. Da schmuggel ich mir natürlich die gute alte Krüger-Meyer hin wegen Kameras und so. Sondern dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwie mit irgendwas vorankommen. Ja. 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 Oh, da unten sehe ich Melonen. Ich wollte mal gucken, was sie hier für ein Schussfeld haben eigentlich. Da hinten können sie hingucken zur Party. Auf die Terrassen können sie auch sehr gut gucken. da unten sehe ich Melonen vielleicht müssen wir uns da mal ein bisschen umgucken ich hatte gehofft, dass die beiden mir hier irgendeinen sinnvollen Hinweis geben da scheinen die jetzt nicht so richtig Bock drauf gehabt zu haben das ist ja easy hier nehmen wir hier gleich einen Hammer mit, den brauche ich wahrscheinlich nicht ok ich bin hier leider nicht super unauffällig hier drin gibt es auch keine Überwachungsstation darauf hatte ich eigentlich so ein bisschen gehofft, muss ich zugeben aufbrechen, das ist mir ein bisschen auffällig ich wüsste wo der Vanschlüssel ist ich bin hier 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 ok wir haben hier also zwei Typen die haben da offensichtlich Zugang in der Kiste da war auch irgendwas kleines zu sehen in dieser Waffenkiste kann ich ihn hier vernünftig ablenken ohne dass mich irgendjemand sieht vor allem ich bin hier das wäre halt wichtig hier sehen das ist super Schrotflinte lasse ich mir auch hier liegen kann ich den Trick mit dem Radio nochmal machen einfach ja ich muss wahrscheinlich nur aufpassen, dass hier niemand in meiner unmittelbahnnähe ist da muss ich mal gucken ob er auch so ein Kommunikationsding hat oder was ich ihm wegnehmen muss das sieht tatsächlich niemand den Hammer nehme ich mit die Schrotflinte die Schrotflinte kann ich ja vielleicht nochmal gebrauchen tatsächlich ne so dann schauen wir mal ein Ohrhörer tatsächlich Ok, ich habe ein Target-Request Ok, was haben wir für eine Info bekommen Spotter Ohrhörer ein Ohrhörer mit dem Yates Scharfschützenteam kommuniziert Yates lässt sein Scharfschützenteam das Anwesen überblicken es macht das schon seit Monaten seit dem Grace Krieg gegen Providence begann doch nun hat Yates das Team in hohe Alarmbereitschaft versetzt seine Mitglieder wissen nicht nach wem sie Ausschau halten sollen doch ihnen wurde gesagt sie sollen auf ein Bild des Ziels und den Schießbefehl warten Ok, Kamera Ok, da hätte die Flasche Falcon, senden Target-ID Over Confirmed Do I take the shot? Over Ja bitte Take the shot Over Target is down Over Zum Glück ist den langweilig Hier die Melone wollte ich hier eigentlich haben Falcon, ich sende eine visuale ID des Ziels Over Copy that Standing by for the Go-Order Over Melone-Explosion Das habe ich schon freigeschaltet Also funktioniert das auch wenn ich die äh wenn ich denen nur das Ziel zuweise wahrscheinlich ne Ich dachte gerade mit der Flasche funktioniert das auch aber ne wahrscheinlich war der Krieg einfach dem das Ziel zuzuweisen So ok, dann ähm haben wir schon mal was für Tamara auf jeden Fall Und jetzt müssen wir aber irgendwie An den Keller könnten wir auch mal ne, da befindet sich ja noch ein Safe irgendwie Ähm ja ich würde gern das Haus durchsuchen und dazu brauche ich auf jeden Fall denke ich äh die Verkleidung Äh des Sicherheitschefs Aber erstmal hole ich mir hier meine äh was habe ich denn hier reingeschmuggelt Die Krugermeier Die Seeker Irgendwas habe ich hier reingeschmuggelt ne So Brechstange habe ich schon Schraubendreher kann ich noch mitnehmen auf jeden Fall Die Machete brauche ich jetzt nicht unbedingt Ne Axt auch nicht Ne ähm Ah den Villerschlüssel nehmen wir mit auf jeden Fall Der Krugermeier Und den ähm Bootsschlüssel können wir auch mitnehmen Bin ich damit schon mal abgehauen wahrscheinlich schon ne Klar in der Eskalation Bootsschlüssel der Yates Ein Schlüssel für das Boot der Yates Oh nö nicht So wie komme ich denn am schnellsten da zur Party Und wo ist das So wie ein So wie ein So wie ein Bootsschlüssel Vielleicht sogar ohne gesehen zu werden Beziehungsweise ohne geschaut zu werden Würde mir ja schon weichen Hi Hi Da hoch muss ich Ne Hier unten Ah hier Da ist der Parkplatz Da ist der Parkplatz Braucht ich eine Einladung Kann ich hier rein Danke für Ihr Service Herr Da scheint alles cool zu sein So wo haben wir denn Tamara Ist sie Gerade hier Im Weinprobenraum Ganz da hinten Da ist sie gerade rum Machen wir uns da doch mal auf den Weg Ich könnte hier auch ein paar Münzen gleich klauen Warte mal Bin ich hier falsch Das sind Menschen die mich durchschauen Das finde ich immer nicht so geil Kann ich von hier aus schon Tamara irgendwie ausfindig machen Durch die Scheibe hindurch scheinbar nicht Sie steht ja da in der Bahn Ist sie das nicht da? Sie ist weiter da drüben irgendwo Ja ich geh mal bei der andere Richtung Tür Ja ich geh mal bei der andere Richtung Tür Ich geh mal bei der andere Richtung Das ist kein Drill Over Ich habe keinen klaren Schuss Ich habe keinen klaren Schuss Ich habe einen Begriff Aufruf aufgericht Aufruf aufgericht Aufruf aufgericht Aufruf aufgericht Aufruf aufgericht Sagt sie so einfach Aber sie quatscht dann noch mit dem Typen Dann kümmern wir uns vielleicht erstmal um das andere Ach ich dachte mit ihm hier quatscht sie Tut sie aber gar nicht Ich wäre natürlich gerne von der anderen Seite da irgendwie rangegangen Was denn Tamara inzwischen hingerannt? Sie steht immer noch da So noch eine schallgedämpfte Waffe Hier die Karte nehmen wir mit Verkleiden wir uns einmal Was nehmen wir mit? So wo ist Oh wohin gewandt? Ist der schon weg? Uh der ist echt schon durch Aber wohin? Ach da unten rennt er lang Was macht der denn da unten? Ah sorry So ich hoffe er sucht sich eine vernünftige Toilette irgendwie Er hat den Schuss gehört Ist aber nicht schlimm Ist aber nicht schlimm So jetzt muss ich gucken in welche Richtung er läuft Wenn er hier hoch kommt Hab ich gleich ein Problem Ach shit Geht er in Richtung Toiletten? Oder wo geht er hin? Ja er geht hier in Richtung Toiletten glaube ich Ja er geht hier in Richtung Toiletten glaube ich Ja er geht hier in Richtung Toiletten glaube ich Das ist einerseits gut Andererseits nicht so geil Weil dann natürlich die Toilette schon besetzt ist Ich müsste dich mal kurz ablenken glaube ich Doch Entschuldigung Entschuldigung Geht grad nicht ne So schnell 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 Aufräumen Ich habe ihn doch hier schon potzen hören, oder nicht? Wo ist denn der Typ hin? Ist er gar nicht hier hochgekommen? Ach, der ist in eine andere Toilette gegangen, oder was? Ja, ist er. Nein, nicht ertränken, ah. Das war ja schon mal schlecht jetzt. Verkleidung beschädigt. Okay. Falsch und Knopf gedrückt. Verdammt. Okay, gut. Dann mache ich den Teil wohl irgendwie nochmal, ne? Aber wir können ja hier wenigstens mal schauen, wenn unser Ziel wieder aufgetaucht ist. Was ich ihr jetzt Schlimmes anbauen kann, dass sie zum Beispiel erschießen, ob das gut funktioniert oder nicht, oder ob ich da noch Probleme bekomme. Ah, einfach den falschen Knopf gedrückt. Mann, ärgerlich. Ich muss sie nochmal scannen. Okay. 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 Irgendwas hab ich kaputt gemacht. Okay. So, da ist der gute Mann schon. So, da ist der gute Mann schon. Okay. Hey, pick that up. Schau mal nicht. Wie geht's nicht gut? Dann kann er jetzt auf Toilette gehen. Ähm. Weil ich nicht genau weiß, wo er sich dann im Teil woanders hin zu genäht. So wie jetzt zum Beispiel. Hier geht er woanders hin. Keine Ahnung, womit das zusammenhängt. Ich geh mal einfach hinten runter. Ups. Das ist natürlich schwer für mich hier vorbeizukommen. Schnell. Ja. Das schaffen wir trotzdem. So, und jetzt muss ich hier ein bisschen. Das Timing an den Tag legen. Ja, weil er hier durch geht, ne? Woanders geht's hier hinten einfach nicht hin. So, jetzt wird zu. So, hier oben sind zwei Typen. Kriegen mit ein bisschen Glück gar nichts mit. Und da haben wir hier hinten nämlich so einen wunderbaren Container. So, das Problem hatte ich nämlich eben schon mal, dass er da hingegangen ist. Und er kotzt dann halt neben diesen beiden Wachen da am Geländer rum. Worauf ich natürlich relativ wenig Bock hab. Ah, hier durchschaut mich einer. Na gut. Dann lassen wir das wahrscheinlich erstmal so. Wechseln die Verkleidung nochmal. Und kümmern uns erstmal um Miss Vidal. Okay. Bevor wir uns dann die Kameras schnappen und wie ähnlich ist. Weil hier unten ist ja immer noch einer, der mich durchschaut, ne? Ja. Ähm, ja. Das war der Plan, genau. Ja. Eigentlich hätte ich mich ja auch im Sicherheits-Menschen-Kostüm um sie kümmern können, oder? Ich weiß es nicht, genau. Ich hab mich jetzt einfach wieder umgezogen, weil ich mir dachte, ja, ich würde das ja alles hier auf einmal erledigen. So, was ist denn meine Kamera? Da müsste die Frau nicht hier irgendwo sein? Ach, brauche ich ihr Gesicht? Ach, lockt sie doch nicht in meine Richtung. Ich geh mal hier zu der Seite. Ich will mich hier unhaftig in so eine Menschenmenge stellen. Hi. Ach, die Gast. Ah, die kommen direkt bei mir vorbei. Das ist ein bisschen unglücklich. Also hier muss ich mich wieder verprügeln. Ich muss so dicht nötig an sie ran. Hallo, da. Ich habe keinen klaren Schuss. Re-Position-Target in die Linus-Site. So, hier sollte ich weit genug weg sein. Ich weiß nicht, wo sie hingeht. Ob sie hier rauskommt, oder? Was ist denn ihr Plan? Sie steht da jetzt an der Rezeption erstmal. Erstmal. Erstmal, ein alt-money aristocrat dies. Tamara Vidal. Ich bin hier für die Toil. Dann, auf der Nacht der Funeralmacht, der Junge ist murdered in his sleep, surrounded by his closest kin. Und der Motive? Das ist, wie sie sagen, das ist, wo die Plot thickens. Sie? Hey, nicht zu spüren. Ich warte für die True Crime Podcast. Ich werde einen Nachbar geben. Da sind sie mit den Nachmittag. Der Hussein hat mir gedacht. Oh, wie komme ich denn dicht genug an sie ran? Ich benutze die andere Treppe. Aber da oben müssten die Männer ja Sichtlinie haben, eigentlich, die Scharfschützen. Aber wer ist er hier und was möchte er? Ich fühle mich hier so ein bisschen eingekesselt gerade, umzingelt und die Engel getrieben. So, wo ist die gute Frau hin? Das ist noch eine Etage weiter unten. Hm, warum? Ich grabe hier einfach rüber. Ach, aber wenn ich hier drin bin, ist die Sichtlinie immer noch blockiert. Da müssen die Sichtlinie immer noch blockiert. Gibt's doch nicht. Aber jetzt könnte ich... Ups. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen, ne? So, jetzt muss ich hier wieder runter. Durch die Sicherheitszentrale durchschleichen ist das wahrscheinlich nicht so geil. Oh, nein. Oh, Gott. Kannst du das rüber? Ich habe Bisschen. Ich denke, sie waren... Ach, ich habe nichts. Ich bin entspannt. Wiiiii. Oh Mann. Ja. Das war ein bisschen... Wie soll ich sagen? Das sieht keiner, glaube ich. Wie stehen denn immer noch? Gibt's den ganzen Tag da rein? Das ist super. Ja. So, dann kümmern wir uns hier. Ja. Die Melodie gerade, ne? Simpsons. Glaube ich. Wo bringt denn der den hin? Die Leiche. Das ist ja Tamara Vidal's Leiche jetzt. Die er da lang schleift. Kein Mensch weiß warum. Ne, nicht die Hackel. Kruger-Meyer hätte ich gerne. Ach, da ist das. Hätte ich ja gar nicht hier auf die Seite gemusst. Dann bleibe ich doch einfach hier drüben. Habe ich getroffen? Ja. So, wo will ich hin? Ähm. Nach oben in die Villa will ich. Um mich da mal umzusehen. Weil irgendwie muss ich jetzt halt... Ne Idee dafür bekommen. Wie ich Dingsbums ausschalten lassen kann. So, Frage Nummer eins. Komme ich hier vorbei ungesehen? Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Seht immer noch gut aus. Wo komme ich denn hier raus? Ein Weinkeller. Ja. Habe ich ja im Dingsbum hier vorbei. Hier hinten. Hier ist ein Schrank. Ich dachte in der Verkleidung wäre ich hier mega unauffällig irgendwie. Hier bucht doch noch einer rum, oder? So, wo möchte ich denn entlang? Hier nicht. Da drüben gibt es zwei Treppen, die ich hoch könnte. Und die sind beide vollkommen in Ordnung. Da gab es nicht... Achso, das hier ist so eine Abkürzung. Um in den Peller zu kommen. Da gab es nicht irgendwo auch ein Safe unten dran. So, hier hinten sehen die mich scheinbar gar nicht. Das ist ja schon mal gut. An irgendeinem Weinregal war der. Ah, hier. Ne, da bin ich doch schon dran vorbeigelaufen. Hier, genau. Mit dem brauche ich irgendwie die Kombination. Dazu würde ich mich oben in der Villa umsehen. Also entweder finde ich eine Safe-Kombination irgendwo. Oder aber... Ich finde einen Anhaltspunkt, wie ich das machen kann. So, wo ist denn mein Ziel? Es ist im Garten. Das ist ja schon mal Mist. Irgendwie finde ich meine Verkleidung nicht so geil im Moment. Was ist das? Kalender. Crystal Anniversary. 4. April 2021. Hochzeitstag. Auf einem Kalender von 2021 aus dem Haushalt der Yates wurde ein Datum eingereist. Und da drunter Kristallhochzeit. Was ist denn Kristallhochzeit? Ist es Diamant-Hochzeit? Oder... Also Diamant-Hochzeit? Oder was ganz anderes? Da oben war ja auch nichts, ne? Kann ich euch da irgendwas umsehen? Ne, aber hier gab es nur so nutzlosen Krims-Krams. Die kleine Video-Ecke. So, mein Ziel ist jetzt im Haus eine Etage unter mir. Das heißt, ich könnte ihm direkt auf der Treppe begegnen. Ich halte mal hier so ein bisschen Abstand. Da ist die Frau. Er kommt doch bestimmt auch hier hoch, oder? Nicht? Er ist noch unten im Foyer. Ich glaube, er kommt dann auch gleich hier hoch und dann treffen die sich irgendwie auf dem Balkon und quatschen. Dann kann ich die beiden vielleicht ein bisschen belauschen. Ich muss mal gucken, ob er mich durchschaut oder nicht. Auf dem Balkon gehen die. Na gut. Dann verberge ich mich vielleicht direkt hier. Und schauen wir das Ganze erstmal so ein bisschen an. Also kommt schon wieder rein. Aber er ist doch jetzt hier oben. Ja. 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 Okay, also ihm sollte ich nicht unbedingt begegnen. ... I am making a new addition to the Herald team Diana Burnwood, former ICA Please consider her my representative At your celebration Yours truly, Arthur Edward Can you believe it? This is the woman who weighed many more She's involved in the death of countless Heralds and operatives including Ken Our friend, Valentina Has Edwards lost his faculty? This woman will surely be our downfall This woman cleared his path to the top Is it any wonder that he wants to keep her close? The partners You don't think he Immaterial, darling Why don't we take a stroll? The air will do you good Ah Hier steht der Ammer noch Was ist denn das für ein Zimmer? Warum steht er da? Ja, du schaut mich auch Hier sind ein, zwei Leute, die mich echt durchschauen, ne? Ah, hier unten ist der Häcksler Der berühmte Achso, und hier ist diese Abkürzung Moment mal Ich muss mal was recherchieren So, ich hab grad mal geschaut Der 15. Hochzeitstag Heißt auch Kristallhochzeit Oder gläserne Hochzeit Das wusste ich nicht Also gläserne Hochzeit, ja Kristallhochzeit war mir jetzt neu Ähm Aber Dann haben wir vielleicht einen Code für den Safe, oder? Der Kalender ist von 2021 Dann ziehen wir 15 Jahre ab Dann kommen wir 2006 zum Beispiel Auf das Hochzeitsjahr, ne? Das ist jetzt halt der Einzige Hinweis auf irgendwas Den ich gefunden hab Was natürlich ein bisschen blöd ist Aber Bericht über ein Datenleck Was steht denn da drin? Tresorakte Ein Dokument, das aus Don Yates Tresor geborgen wurde Es offenbart, dass Yates für jenes Datenleck Für jenes Datenleck verantwortlich war Dass die Diplomatinnenkarriere seiner Frau Valentina ruinierte Ein Klient von Morgan Yates und Kohn aus der Telekommunikationsbranche Wurde wegen Industrie-Spionage von der Semaphore Phone Company verklagt Yates, der die Verteidigung leitete, ließ seinen Strippen-Zerkorvo Black Beweise dafür beschaffen Als den haben wir uns jetzt verkleidet Er das Semaphore illegal Nutzerdaten an die Chinesen verkauft hat Valentina war die argentinische Botschafterin in China Und hatte daher das Geschäft im Austausch gegen lukrative Handelsabkommen eingefädelt Es war also klar Sollte die Wahrheit je ans Licht kommen, wäre Valentina mitverantwortlich Trotzdem ließ Yates die Dokumente an den GNN weitergeben Es kam zu einem riesigen Skandal Semaphore ging pleite und Yates gewann seinen Fall Doch Valentinas Karriere und ihr Ruf waren ruiniert Dieses 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 Nein, Cliffhanger Das ist gemein Na gut Das heißt, wenn wir das seiner Frau geben Dann dürfte die doch mega pissig sein, oder? Und das ist ja eigentlich alles, was wir im Moment wollen Äh, wo bin ich denn? Da bin ich Okay, die sind gerade beide im Garten Da muss ich ein bisschen aufpassen Ähm, wo im Garten sind denn die? Ja, da hinten in die Richtung Ja, ich müsste sie wahrscheinlich mal alleine erwischen Irgendwie, ne? Vielleicht mache ich das wieder oben im Zimmer Ich beobachte das ja mal kurz Wie sich das entwickelt Aber ist ja schon mal gut, ne? Den Code richtig Geraten quasi Da ist hier kein Eingang ins Haus Kann ich den hier benutzen, oder? Ja, kann ich Die beiden laufen immer noch zusammen Ich könnte ihn jetzt natürlich auch durch den Scharfschützen erledigen lassen Ne, hier auf die Seite können die nicht gucken Die können auf die andere Seite gucken Ah, die trennen sich Sie geht so ein bisschen vor Aha Er geht in die ganz andere Richtung für einen Moment Dann quatschen wir doch hier oben mit ihr Ich hoffe, ich kann mit ihr quatschen Ich muss nicht noch irgendwas anderes machen Machen wir gleich mal ein Screenshot hier So rum, ja Von der anderen Seite ist die Vase im Weg Das ist ein bisschen höher Ja, schau das mal an In Ruhe Und jetzt werde ich sie so ein bisschen verfolgen, denke ich Um mal die Gespräche mit anzuhören Wie sie so führt Auch wenn es vielleicht nur Selbstgespräche sind Sie scheint auf jeden Fall wieder hoch zu gehen Oh Das ist ein Forster, ne? Ja Ach, da kam er mit seinem Leibwächter durch Da ist Valentina Ich dachte schon, sie wäre weggerannt Aber noch ist sie nicht so super aufgebracht Irgendwie, ne? Oh doch Ja, richtiger Bastard, ne? Ja, richtiger Bastard, ne? Ich könnte ihr natürlich eine Waffe hinlegen Wäre kein Problem So, sie geht direkt da raus Wo ist er? Wo ist er? Er kommt gerade hoch Habe ich eine brillante Idee Wird sich jeden Moment herausstellen Valentina? Valentina? Was ist falsch? Du bist schade Stop! Was hast du gemacht? Sag mir, du hast es nicht gemacht Was hast du gemacht? Ich verstehe Ich verstehe Semaphore Das Daten Das war du Das war du All along I So stupid Why did I see it before? You leasht the document So you could win Your stupid case You didn't care That my career Would be destroyed My reputation Dragged through the mud Your son Ich kohodes Yates, und Thor Yates never loses a case, no matter the cost. My love, it was... I didn't mean for you to... What did you just call me? Are you insane, Don? How can you claim to love somebody and then destroy their world with the flick of a pen? It was just business. You know the game, Valentina. You know how it's played. There's a limit. There's always a limit. No, the old Valentina. She would have understood. But you've been down here for too long, my love. You've grown soft. No! Go on. Get up. Get back up. Go on, Don. Okay, Ausgang. Da schauen wir mal gerade nach. Eine Herausforderung. Das hat ja viel besser funktioniert, als ich dachte. Beziehungsweise waren nicht so viel Rätseln einfach mit dabei. Stehen Sie das Scharfschützengewehr? Aus dem Scharfschützen-Nest. Das können wir mal bei Gelegenheit machen. Über das unterirdische Hüllensystem. Wie geht denn das? Wie geht denn das unterirdische Hüllensystem? Moment mal. Da muss ich an den beiden vorbei. Dazu müsste ich durch den Weinkeller. Das könnten wir tatsächlich mal ausprobieren. So, sie ist am Boden zerstört auf jeden Fall. Hier bin ich schon mal auf der ganz falschen Seite vom Haus, ne? Ja, ganz falsch nicht, aber... Das ist einfach eigentlich schon. Hallo. So, ich hoffe, ich mache jetzt hier keinen Scheiß. So, die beiden haben noch gar nichts mitbekommen. Habe ich noch einen Schuss? Der Ausgang ist blockiert. Warum? Was brauche ich dafür? Er rennt gar nicht so weit. Na gut, den Ausgang kann ich dann wohl nicht benutzen. Ja, dann gehe ich halt doch irgendwo oben raus. Ja, da muss ich mir noch mal Gedanken machen, wie ich da rauskomme. Da lässt sich bestimmt irgendwas machen. Warum gehe ich denn jetzt hier lang eigentlich und nicht da oben zum Auto oder so? Ich kann auch hier gemütlich mit dem Auto wegfahren. Außer natürlich von da aus kommen drei Millionen Leute entgegen. Vielleicht nehme ich doch einen sicheren Weg. Vielleicht kann ich hier sogar aus- und umgehen. Nee. Uh, es sind wieder alles hier. Hier komme ich durch, ne? Die filzen mich auch nicht. Das wagt ihr nicht. Ja, okay. Fluchten sind chaotisch. Wegen dem Höhensystem muss ich noch mal ein bisschen nachforschen. Da muss ich mir vielleicht noch mal so eine Söldnerverkleidung holen. Da mit der Sicherheitschefverkleidung, die ist nicht so cool, wie ich dachte, leider. Das ist ein bisschen schade. Das ist sogar ein bisschen sehr schade. So lautloser Killer haben wir immerhin. Wo kann man das Ganze eigentlich... Nee, nur im Anzug kann man wahrscheinlich gar nicht, ne? Hm. Was haben wir denn hier? Eine Melonexplosion haben wir gemacht. Auf jeden Fall der Skandal. War der Skandal, dass wir die Dokumente gefunden haben. Story-Mission, Ziel im Blick. Das war die Scharfschützen-Story-Mission vermute ich. Häusliche Gewalt. Sie hat ihn geschubst und... Stellvertreter-Mord. Weil ich beide Ziele durch einen Stellvertreter-Mord eliminiert haben lassen, tun wollen. Ich überlege gerade, dafür, dass man Tamara Vidal mit dem Scharfschützen erledigt, gibt es kein eigenes Achievement, ne? Ja, und dann haut es nämlich hin. Ja. Irgendwas freigeschaltet. Versteckter Vorrat im Villa-Keller. Ein kleiner Gegenstand kann in einer Weinkäs-Kiste im Keller der Villa versteckt werden. Startpunkt Speisebereich. Ah, 47 hat als Asado-Koch verkleidet den öffentlichen Speisebereich des Anwesens infiltriert. Da gibt es ja auch noch ein paar Herausforderungen. Ja, und dann war es das für heute tatsächlich. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao. Ciao.